Willkommen zur heutigen Ausgabe von Frequent Traveler TV. Wer Samstag dabei war, weiß natürlich, dass ich heute online gehe. Thema heute sind natürlich die Meilenschnäppchen 2021 vom Januar. Jeden Monat gibt es die Meilenschnäppchen, aber heute gab es sie erst am vierten Tag des Monats. Warum? Natürlich, weil Neujahr war und die Lufthansa heute erst gearbeitet hat und da hat die Meilenschnäppchen einfach uns vor die Tür gelegt. Und dann schauen wir doch einfach mal, wie das immer ist. Die Bedingungen, die sind ja alle bekannt, werden auf meinschnäppchen.de veröffentlicht. Es gibt nur die veröffentlichten Strecken, können nur online gebucht werden. Steuerngebühren bleiben unverändert, werden nicht reduziert. Reduziert wird nur die erforderliche Anzahl der Meilen und es werden nur die gezahlten Steuern und Gebühren erstattet. Also die Meilen, niemals. Die sind weg. Also das ist wichtig. Das sind dann quasi fix gebuchte Tickets und sie sind auch nicht umbuchbar, kein Stopover. Allerdings jetzt gibt es die Möglichkeit einmalig in der Corona-Zeit diese noch umzubuchen und wie immer kein Stopover, keine Open Jaws und bei Europaflügen ist ein innerdeutscher Anschlussflug inkludiert und bei den Interkontinentalstrecken jeweils der innerdeutsche und der innereuropäische. Und es muss natürlich als Return geflucht werden, also nicht One Ways. Ja, was gibt es noch allgemein zu sagen? Es muss bis zum 31. Januar gebucht werden, obwohl später gestartet wurde. Reisezeitraum ist der 15. Februar bis zum 31. März. und dann gibt es noch eine Ausnahme. Das wäre für Johannesburg. Die sind ab 15. April buchbar bis zum 31. Mai, also von dem Buchungszeitraum her. Allerdings ist das, und das nehme ich darin weg, die erste Langstrecke und 30.000 Meilen anstatt 60.000. Und da seht ihr auch schon, das war der ganze Spaß. Ich blende euch das mal einfach ein. Der Julius Kaiser hatte das heute schon in der Lufthansa Miles & More Insider Gruppe gepostet. Und zwar seid ihr auch enttäuscht von den neuen Meilen-Schnäppchen. Ja, die Reaktionen waren verhalten. Einige sagten, hey, in Corona-Zeiten kann man eh nicht fliegen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ja, Johannesburg ist so das einzige Internationale, was es gibt. Es gibt sonst nur, ich gehe jetzt mal auf die Business Class nur ein, Business Class für 20.000 Meilen anstatt 40.000. Dann sind dann solche Scherze dabei wie Bremen, Dresden, Frankfurt, München. Oder dann europäisch anstatt 50.000, 25.000 Meilen. Amsterdam, Birmingham, Genf, Innsbruck, Lanarka, Lugano, Luxemburg, Malta, Paris, Rom, Salzburg. Was zählt das als europäischer Flug? Weiß ich auch gar nicht. Tromsowenig und Warschau und Zürich. Ja, selbst bei den Meilen-Schnäppchen Ex-Warschau oder Ex-Zürich oder aber auch Ex-Wien, da ist nicht wirklich was dabei. Das ist alles sehr, sehr mager. Ich weiß nicht, ob es enttäuschend ist, aber ich hatte persönlich da jetzt im Moment keinen Bedarf an meinen Flügen, bin da eingedeckt. Ihr könnt ja einfach mal unten in die Shownotes reinschreiben, was ihr davon haltet, inwieweit ihr sagt, hey, ja, hey, ich habe was gebucht, ich will was buchen oder das ist doch Kappes. Ich kann eh nicht planen. Da würde ich halt nichts buchen wollen. Also insofern, ja, selbe Spiel wie immer. Das waren wie die Lottozahlen nichts leider. Enttäuscht bin ich nicht. Ich hatte es einfach erwartet und schauen wir einfach mal im Februar, ob da mehr kommt. Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht so ganz, aber es sind ja noch die Tage. Heute gilt es noch und morgen zum Beispiel noch das Special in der First Class zu buchen mit interessanten Zielen. Vielleicht ist das für jemanden etwas, der weiter weg wird. Also Kommentare wie immer unten rein. Tut mir leid, dass es eine kurze Facebook-Live-Geschichte war. Die einen werden sagen, hey, Gott sei Dank kurz. Die anderen sagen, schade, dass es kurz ist. Ich hätte lieber länger gesprochen, aber länger geht nicht, weil es gibt nichts zu erzählen. Also insofern keine Füllung mehr, keine sinnlosen Worte. Deshalb danke ich euch einfach, dass ihr dabei wart bei der heutigen Ausgabe und ich freue mich auf eure Kommentare und euch darauf dann zu antworten. Also bis dann. Ciao.